Unter Burenrepubliken versteht man eine Reihe von Staaten, die im späten 18. und im 19. Jahrhundert durch die Buren im Gebiet der heutigen Republik Südafrika gegründet wurden. Die Mehrheit von ihnen hatte nur kurzen Bestand. Die beiden größten, die Südafrikanische Republik und der Oranier Freistaat, konnten ihre Existenz aber fast 50 Jahre lang aufrechterhalten. Geschichte Man kann unter den Burenrepubliken zwei Arten unterscheiden. Diejenigen, die vor dem sogenannten großen Treck entstanden sind, und diejenigen, die danach ausgerufen wurden. Die Burenrepubliken der ersten Art wurden von Kolonisten gegründet, welche gegen die niederländische Ostindien-Kompanie rebellierten. Diese hatte damals die Oberhoheit über die Kap-Kolonie inne. Es handelte sich bei ihnen de facto um kurzlebige Stadtstaaten. Dazu zählen, territorial weitaus größere und beständigere Republiken wurden im Zuge der Auswanderung der Buren aus der Kap-Kolonie gegründet. Nachdem diese im Jahre 1814 endgültig an Großbritannien gefallen war. Die Briten führten die britische Rechtsprechung sowie Englisch als Staatssprache ein und schafften im Jahre 1833 die Sklaverei ab. Vor allem Letzteres erwies sich sehr zum Nachteil der Buren, deren wirtschaftliche Grundlage oft auf der Haltung einheimischer Sklaven beruhte. Aufgebracht von diesen Umständen verließen viele Buren in den darauffolgenden Jahren die Kap-Provinz und siedelten sich weiter nördlich an. Jenseits der Flüsse Oranje und Wal, dort gründeten die Buren neue eigene Staaten. Einige staatsähnliche Gemeinwesen wurden von sogenannten Grigwa gegründet, Grigwellend West bzw. Clip Drift Republic, Grigwellend East bzw. Neu Grigwellend.